einen wunderschönen wünsche ich euch und herzlich willkommen zurück zu dead by daylight survivor ich bin mit Adam unterwegs und ich habe die aufgabe den killer zu blenden natürlich spielen wir dann auch noch gegen ritter geh fort von mir nein geh weg und ich kann doch keinen ritter blenden ich kann doch kein killer blenden ich bin doch so doof dazu ratet ihr mal warum ihr den nicht runter holt okay Zippe. 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 Zipe. Zippe! Zipie! er hat ja einen mächtigen schrei du ja das ist ja und die runde neben ja Ich habe die anderen verloren. Anka? Anka? Oh nee. Woo! Uhtep! Anka? Anka? So... Anka? So... Gehen, haben wir jetzt da? Ich bin immer noch. Ganz schlecht. Ah jetzt. Okay. Hier ist eine? Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ich hole dich, Siby. Du musst nicht noch mal sterben. Ich glaube, er kommt zurück. Also, wir müssen weg hier. Komm! Oh, nee! Oh, nee! Oh, nee! Oh, nee! Ich habe mich gesehen. Mist! Oh, nee! Oh, nee! Ich weg! Ich weg! Ich weg! Oh, nee! Ich weg! Ich weg! Ich weg! Oh, nee! Oh, nee! Oh, nee! Oh, nee! Komm, ich versuch es einfach. Ich glaube, der hat uns gesehen. Komm, 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 komm. Ah. Ich renne hier mehr über die Map als alles andere. Das ist ja nervig. Ich muss den Killer blenden, denn... Ich bin der Schlag. Das ist ja, ich bin der Schlag. Los de Bill, zieh durch! Zieh, jetzt hast du Zeit! Ich hab's versucht, unzublenden. Ich hab's versuch! Baller! Dance for me, dance for me! Dance for me, dance for me, dance for me! Oh, oh, oh! Ach, nööööö! Drei Kreuze. Wenn dieser Anti-Camp-Pirke endlich ist! Also dieses Anti-Camp-Dings rauskommt, Mann! Die ist tot! Ach, leckt mich doch an, Stopper Berze! Geh weg! Jetzt muss ich noch rauskriegen, welches Tor offen ist. Ich hoffe, ich werde das hier. Ja, mach auf die Bude! Ich habe es nicht geschafft Ich dachte, ich schaff's jetzt nochmal, den zu blenden. So blöde blenden. Das ist einfach nicht meins. Ich kann nicht blenden. Ah, ich bin rausgekommen. Wenigstens das. Na gut. Kein Caps Lock und ein GG. Ich hoffe, euch hat meine rote kleine Runde gefallen und ihr lacht euch nicht aus, dass ich nicht blenden kann. Ich bin kein Flashlight. Mensch, es ist einfach. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen rastlichen Tag und ich freue mich auf die nächste Runde von Dead by Daylight Survivor. Das ist es. Ciao.